Die Befehle sind in den Wind gesprochen, unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Wir können den Gruppenführer Feglein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinerforschung erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generation dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Feglein nicht finden. Bezuchen Sie ihn! Ich will Feglein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Feglein! 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 Wir können den Gruppenführer Feglein nirgendwo finden. Von den Befehlen sind in den Wind gesprochen. Unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Der Krieg ist kein Befehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Befehlen Sie mir! Da steht, dass das Fahne vernet, ist das Fahne vernet. Das ist die Gefahr! Und das ist die Gefahr! en wir sich!